Kennt ihr das, wenn sich der Moment wie etwas anfühlt, was dir für immer in Erinnerung bleibt? Kennt ihr das, wenn sich die einfachsten Dinge anfühlen, als ob sie die größten wären? Genau dieses Gefühl begleitet mich und mein Freund Tom drei Tage lang. Das Ziel vor den Augen, den Lenker in der Hand und schon ging es los. Wie ist das, wenn man bei Gewitter und Regen plötzlich kein Dach über Kopf hat? Eine Frage, die man sich im normalen Alltag sonst nie stellt, aber für uns plötzlich Realität wurde. Aber eins nach dem anderen, nicht mal acht Minuten nachdem ich Tom abgeholt habe und schon gibt es das erste Problem. Äh, was ist, was sind das für Geräusche? Ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh nicht. Tschö 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 tschö. Es muss auf jeden Fall ganz tief mit oben sein, unten am Rad hängen. Achso, vielleicht der Stück. Die könnten meins nicht mal hinstellen, meins würde literally umfallen. Ja, dann mach ich das, du es hier ran. Achso, hier geht's, hier ist Stein. Ja, strong. Aber auf geraden Surface. Muss ich das erste mal kurz hier rein machen. Oh, scheiße, scheiße. Da fährst du immer einen kleinen Stück vor. Okay Meister, machen wir so. Das Geräusch ist schon wieder. Digga, wir sind keine zehn Minuten unterwegs. Oh, ich muss niesen. Warte, ich muss da mal kurz anhalten. So, was ist jetzt hier? Hier oben, das ist es. Das hier schleift am Rad. Was auch immer das ist, das ist sehr fest auf jeden Fall. Och nö Digga, das ist der vom Rucksack. Was machen wir denn jetzt? Ne, Rucksack ab? Ja, dann setz ich den Rucksack auf. Das ist doch sauer schön. Ja. Wo lang? Das Ding ist, wir hätten das jetzt auch so lassen können. Das Problem ist nur, danach kann man das Seil halt wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Ja, danach ist einfach durchgerannt. Es wird doch irgendwann einfach nur hier durchgerannt. So, dann ist es ab. So, wir machen es nochmal anders. Junge, nicht mal zehn Minuten. Digga, wir müssen noch so viel fahren. Und ich hab auch Schmerzen. Okay, ich bin ganz nett beklagen. Ja, ich hab die Nacht fast nur fünf Stunden oder so geschlafen. Oder zumindest sollte ich fünf Stunden schlafen. Aber nein Digga, es kam ganz anders. Ich hab zwei Stunden weniger geschlafen, als ich eigentlich wollte. Weil ich auf einmal aggressive Bauchschmerzen bekommen hab in der Nacht. Ja, ne war cool. Soll ich dir irgendwas halten? Ich wüsste noch nicht wie es war. Ja, du Profi. Ich bin Profi, wirklich. Das muss auch unten lang, ne? Wie? Ja, das muss auch unten um den Rucksack, weil sonst rutscht der Rucksack einfach raus. Ja, aber ich dachte, hier ist die Tasche. Oh, ne. Digga, machst du schon. Hä, wie unten lang? Also einmal hier unten lang und dann irgendwo? Naja, halt hier unten so um den Rucksack. Komm, ich setz den Rucksack einfach rauf. Alles gut. Also die Gewichtsverteilung macht besser. Okay, dann musst du aber den Gord einstecken. Ist ja nicht schlimm. Bitteschön. Ne, den steckst du ein. Hm? Hm? Ich hab keinen Platz. Also wirklich gar nicht Platz. Bleib stehen. Schade, ich dachte, hier kommt bei uns lang. Wir verkehren schon. Hör auf! Hör auf jetzt! Die Frage ist, schaffen wir die 60 Kilometer in 9 Stunden? Ey Digga, aber das ist jetzt gute Verteidigung, wenn du da Wasser drin hast und dann nicht so schweres Zeug. Ja, natürlich. Dann ist gut. Ja, ja, ich weiß. Deswegen war ich so... Oh, scheiße! Soll ich deinen G-Profi halten? Ja, hier, G. Nimm mal meinen G-Profi. Hallo Jungs. Also, willkommen weg. Steig auf. Hast du dein Handy schon geladen? Ja, 100%. 100%. Ich auch. Ich hab die 96 Kilometer eingehalten. Digga. Es ist deutlich angenehmer zu fahren. Ja. Ja, bei mir auch noch nicht. Alter. Also, hier den Bordstein hochzukommen war echt ne Qual. Und jetzt hier hochzufahren ist auch doppelte Qual. Der zieht einfach komplett durch. Und er macht's auch mit Absicht, ich weiß es. Abbiegen. Da bin ich noch. Ja. Abbiegen. Ja, die sind noch. Ja, die Bordstein ist doch gut. Der Junge zieht so durch. Das ist verrückt. Warte mal, bis dahin kann ich ihn nicht reden. Das ist ein schönes Baum, hoffentlich bleibt es auch die nächsten Tage so. Ich habe gar keine Lust weiter zu fahren. Wollen wir hier campieren? Aber mach das hier ab. Dieser Schnippel ist wirklich ehrenlos eklig. Hör auf. Hör auf jetzt ernsthaft. Ich kann so nicht mitfahren. Das ist nicht lustig. Mach es einfach an. Es ist nicht so viel. Du verschwendest nichts. Ich habe noch was an dem Schnippel gespürt. Da kommt eine Rentnergruppe. Das ist ja unangenehm Film. Ich habe heute Morgen eine Banane gegessen. Eine einzige Banane habe ich gegessen. Ich auch. Plus Brötchen. Und das war's. Mehr habe ich nicht gegessen. Wir stehen aber auch so richtig ungünstig. Komm mal her. Wieso? Wir sind genau in dieser Vorbe. diese Bananenschale da. Ja Digga. Das ist jetzt. Wir wollen es regendicht machen. So hier ist scheiße. So hier ist scheiße. Jetzt passt auf. Homemade. So hier. Jetzt ist geil. Jetzt kommt kein Wasser mehr rein. Und nochmal. Ja. Wow. Wow. Crazy. Es ist wirklich ein richtig heftiges Strat. So. Verrückt Digga. Ja verrückt. Aber wie machst du das? Wo hast du das gelernt? Tatsächlich habe ich mir das selbst ausgedacht. Ich habe da Jahre dran gesessen. Okay. Ich habe mir das erarbeitet. Ich habe Studien geführt. Umfragen gemacht und so. Crazy. Das ist schon der beste Weg jetzt. Crazy. Wo können wir in unsere Sachen laden? Wenn du Mülleimer siehst, schrei mich an. Welche was sie? Ein Mülleimer. Ein Müller. Ein Müller. Ein Müller. Gut. 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 Ein Käfer. Ah eine Wespe. Jetzt muss ich erstmal finden wo ich bin. Digga. Ah. Kann man helfen? Alles gut. Dankeschön. Da baut kein Führter und nicht in Ordnung. Nee, wir müssen alles überquacken. Wir sind gerade gelandet. Vielen Dank noch. Ein guter Mann. Denkst du, wir kommen heute noch in Jena an? Nee. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ich will den nicht abmachen, aber der ist so schwer. Ich bezweifle es auch. Wo hängt es denn immer? So. Er ist aber noch nicht auf dem Boot mehr. Wo hängt es? Ich hoffe, alle Kabel knacken ab. Kebel. Kebel? Alle Kebel. 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 Dicker. Vielleicht solltest du da nicht rangehen, weil da steht hohe Spannung Lebensgefahr. Oh, zukommt, zukommt. Ja. Hier fehlt irgendwie der ganze Eingang. Das scheint auch irgendwie so ein Recyclinghof oder so zu sein. Das scheint irgendwie so eine Recyclinghalle oder so zu sein. Ja, wo ist er? Würde ich jetzt mal so behaupten. Da vorne waren auch so Müllblöcke. Blöcke rein? Guck, das meine ich mit. Müllblöcke. Ja. Wir sind gerade mitten in Jena an dem schönen Tor hier. So, ich weiß nicht, ob er mich hört, weil es ist extrem windig. Aber wir haben es jetzt aus Jena heraus geschafft. Das ist schon mal ein Fortschritt. Sieht doch die Skyscuper. Ja. Wir freuen uns. Wir sind glücklich. Wir... Alles wunderbar. Und weg ist er. Ja, mein guter, wollen wir jetzt vielleicht los? Kannst du vielleicht aufhören irgendwie Birds zu spielen? Komm jetzt! Nein! Wir sind jetzt hier auf irgendeinem Berg. Und wir essen jetzt, oder zumindest ich esse jetzt Proteinriegel. Ich hoffe, dass wir es heute noch schaffen. Bis zu unserem Zielort. Oder zumindest, dass wir es so schaffen, dass wir uns noch was zu essen machen können. Ohne, dass es komplett arsch dunkel ist. Das kann sein. Weil da hätte ich jetzt wenig Bock drauf. Ein bisschen Feuerholz zu suchen, mitten in der Nacht, oder wenn es schon ultra dunkel ist. Yo, Digga, was ist das denn für ein Käfer? Digga, was ist das für ein Käfer gewesen? Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber da war einfach ein richtig fetter Käfer. Hast du einmal gesehen? Ich hoffe, man hat es gesehen, weil wenn nicht, ist es wirklich traurig. Und, schmeckt der? Ja, der schmeckt jedes Mal ultra geil. Kannst du was herwerfen und ich beiß mal? Ja, dann beiß einfach bis zum Ende und dann nehme ich das in den Besten. Der war so perfekt geworfen. Wir werden 2.180, ich kann das nicht. Ja, Digga, die Nudeln ballern richtig. Nein. Ja, 250 Gramm Nudeln schallern übel rein. Spaghetti, gell? Nein. Ja, dann mach halt Spaghetti, Digga. Das sind 875, das ist gar nichts. Ja, stimmt, wenn dir 2.000 irgendwas fehlen, ist 800 wirklich überhaupt nichts. 2.100. Ja, dann sind 800 wirklich nichts. Oh, Digga, bitte nicht. Was? Schau dir bitte diesen Berg an. Schau dir bitte diesen Berg an. So, ich mach jetzt erstmal Pause an so einem kleinen Fluss. Fluss, wir haben es ungefähr around about 18 Uhr, würde ich mal sagen. Oder 18 Uhr. Ja, 15 Uhr. 18.15 Uhr? 18.15 Uhr. Wir sind nicht mehr so weit entfernt vom Ziel. Und ich bin guter Dinge, dass wir das heute auch noch schaffen. Weißt du, was ich gehört habe? Wenn man den Berg erklimmt, wird man mit einer Abfahrt bedingst beschenkt. Weißt du, was das Problem ist? Wir klettern 100 Meter den Berg hoch und haben 10 Meter Abfahrt. Und nach den 10 Metern der nächste Berg. Ich heule gleich. Und der nächste Berg. Es ist wirklich wunderschön. Weil wir auch so viel Zeit haben jetzt zu schieben. Das ist jetzt wirklich ehrenlos, Digga. Dass wir wenigstens so zwei Seile aus dem Fenster werfen können, an denen wir uns mit hochziehen. Ich bin froh und auch das alles hat sich gelohnt, wenn ich heute Abend noch mein Essen bekomme. Mehr will ich nicht. Ich will ankommen, aufbauen und einfach nur beim Essen machen. So, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, dass hier keine Autos fahren oder nur wenig Autos fahren, macht das Ganze so viel angenehmer. Es ist zwar jetzt keine krasse Steigung, aber auf lange Zeit gesehen fahren wir immer weiter höher. Immer weiter. Und es raubt einem wirklich die letzten Kräfte. Das Berge hochkraxeln zahlt sich endlich aus. Ja, Mann. Auch mal die kleinen Aparten. Die haben auch was. Wir sind komplett außer Puste, weil wir die Berge und alles komplett unterschätzt haben. Beziehungsweise ich. Ich hatte mich ja um die Rose gekümmert. Ich wusste aber nicht, dass es so brutal ist. Und ich habe es so extrem unterschätzt, dass wir jetzt doch immer mal wieder auch schieben mussten. Der eine oder andere mag das jetzt nicht verstehen, weil es ist natürlich absolut keine Zerstörungstour oder so. Aber wir haben trotzdem unseren Spaß, auch wenn ich viel vielleicht auch rumgehäut habe oder so. Aber ich bereue nichts, gar nichts. Weder losgefahren zu sein, noch die Route genommen zu haben. Weil am Ende des Tages sind wir gleich da. Wir freuen uns. Können dann schön schlafen. Richtig ausgebaut. Und ja. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind endlich da. Ja. Nach einer halben Ewigkeit haben wir es endlich geschafft. So Leute. Sorry, dass ihr jetzt länger nichts mitbekommen habt. Wir mussten uns beeilen, weil es ist relativ schnell dunkel geworden. Wir haben jetzt hier noch ein paar Nudeln auf die kleine Buschbox gepackt. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Tomatensauce. Und ich hoffe, dass es alles fertig wird, weil der ist relativ klein. Ich probiere den auch zum ersten Mal gerade aus. Ich hoffe, dass es alles relativ gut durch wird. Wir hören uns und ihr kriegt dann ein Zwischenergebnis. So, die Nudeln. Alter, ist meine Nase rot. Ja, Pollenallergie. Die Nudeln sind, ich sag mal. Schmack fantastisch. Gut gelungen, sag ich mal. Dafür, dass wir das auf dem kleinen Ding gemacht haben. Ich fand es eigentlich echt lecker, muss ich sagen. Aber es ist wirklich gut gelungen. Wir gehen jetzt schlafen. Tut mir auch leid, dass ich das alles so mitgefilmt habe, wie ich das vorher gemacht habe und so. Aber wir waren so spät da, dass ich eigentlich einfach nur noch ins Zelt wollte. weil ich es eigentlich hasse, was zu kochen, wenn es dunkel ist. So, es hat die Nacht um zwei oder so angefangen zu regnen. Deshalb muss ich jetzt erstmal hier die Zeltplane ein bisschen aufhängen, damit die so ein bisschen trocknen kann. Da hinten ist Tom. Was? Ne, ich hab nur gesagt, dass du da bist. Ja. 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 Ich weiß nicht, die werden bestimmt wegrennen. Ja, ich bin ja schneller. Ich bin ja hier im Wind. Wieso willst du das mit Wasser machen? Gar nicht. Es gibt heute kein Wasser. Das fühlt sich ungut an. Ja, deswegen nehme ich mir jetzt noch Wasser. Gübelig. Ich hab gar keinen Bock auf die Wolke. Über uns. Ja, das stimmt. Sollten wir auch sowieso. Auch wenn da nicht diese Wolke wär. Gib mal meine Zahnpasta. Die hab ich nicht. Meister. Die hab ich nicht. Meister. Die hab ich nicht. Ich hab noch die Zahnpasta. Alles gut. So, können wir das Feuer machen? Ja. Digga, hätte ich jetzt keinen Bock darauf, dass es jetzt anfängt zu regnen. Ja, ich bin nicht nur ein Wort, wie ist es. Ja, ich bin nicht nur ein Wort. Ich bin nur ein H ook. Ver самый, das ist jetzt nicht nur ein Wort, das geht nicht nur ein Wort. Musik 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 Musik